Hallo, ich bin VIKING oder mit Reinhardt, wir kommen auf dem ROSI Kanal und zurück zu KILLER FREQUENTIE Jo, halt doch mal die Fress, ich bin da ja am erzählen, wir haben ja letztes Mal wenigstens ein Überlebender, der andere, der Verkäufer, der uns eh auf den Sack gegangen ist, ist leider gestorben Leider gestorben Die KILLER ruft an, Leute, die KILLER ruft an Ich sehe meine Maus nicht mehr, Leute, Leute, Moment, meine Maus nicht schmeckt Ich kann meine Maus, ah, jetzt ist sie wieder da, ach, Gott sei Dank, ich hab die Maus nicht mehr gefunden Wo ist das, kann ich helfen? Kann ich helfen? Ganz freundlich, man, ganz freundlich Ich weiß, dass du sie versuchen hast, sie zu helfen Ich kann es dir nicht mehr machen Ich kann es dir nicht noch mal durchgehen lassen Was? Er ist draußen am Bild Ich fühle mich sicher, aber ich komme für dich Ich werde deine Lichter raus Die Dinge sind jetzt umgekehrt Hey, was ist passiert? Ich war noch auf der Luft? Nein, ich glaube, er hat versucht, die Kraft zu kümmern Aber es sieht, dass du... Wieso leuchtet denn unsere Lampe? Wahrscheinlich hat er sich mehr Schmerzen als uns Wenn der Strom weg ist und das Und das, äh? Ich dachte, sie waren nur über meine Karriere Aber anyway, lass uns zumindest versuchen, die Lichter wieder aufzunehmen Wie machen wir das? Ich bin deine freundlichere Radio-Personalität, nicht deine lokalen Elektrizier Es gibt eine bestimmte Schmerzen in der Schmerzenkopf Die Tür zu dem vielleicht lockt, aber die Schläge sind mit dir in der Studio Jetzt müssen wir hier die Sicherung wieder reinmachen Dazu brauchen wir den Schlüssel Der Schlüssel war ja da, ne? Der Schlüssel war ja da, ne? Da ist der Key Weg da, ich hab'n Key Da ist die Map Wir gehen dahin Da ist die Map Äh, hallo? Wo kann ich denn jetzt hier hin? Da müssen wir ja rein, kein Board-Tor Wo ist jetzt ein Key? Wo... Leute, ich find'n Key nimmer Leute, ich kann'n Key nimmer sehen Wo ist jetzt der verkackte Key? Sit down Wo ist jetzt... Wo hat er jetzt den Key hingeschmissen? Hä? Leute Ich find'n... Wir sind nun... Das... Das gibt's doch nicht, oder? Ich find'n... Ich find'n... Ich find'n... Ich find'n... Hier... Du vollpfuscht'n Key Key Jesus Christ Das müssen wir ja hier... Pass auf Das war 3... 1... 4... 2... 3... 1... 4... 4... 2... Yo... Jetzt muss ich mal da hinsetzen Busch mal die Zigarette. Ah, Zigarette. Mikrofon. Mikrofon. Ah, Line 2. Er wird da. Radioverkäufer. Jo. Ich brauch kein Stock. Go home. You are safe inside. Oder go home. Gut. Yes, glaub. Da ist der. Oder hätte man nach Hause schicken sollen? Nicht gut, nicht gut, oder? Was ist das? Was ist das? Oh, Jesus Christ. Oh. Yo. What items are nearby? Stay quiet, stay hidden. Stay quiet, stay hidden. If I were you, I'd stay quiet. I'd keep out of sight. Maybe they'll go away. So, let's see. I'm under the counter near the door. There's a stack of TVs right next to the counter. There's also the tape decks on the aisle behind me, I think. Ich hab's, er soll ruhig sein. The radios are right in the back of the store. Oh, oh, and, uh, there's a server bell on top of the counter. You're gonna be inside any minute now. Uh, 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 you have any bright ideas? Turn on TV, turn on tape deck, turn on radio, ring the bell. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Turn on the radio? Turn on the TV. Turn on tape deck. Mach mal radio. Radio schmau gut. Hey, switch on one of those radios at the back of the store. I have an idea. Alrighty, uh, let me just go, uh, and do that now. Uh, well, uh, well, it's all now. It's tuned to your station. Ah, this schmau gut. Er hat erhört und den Sender. Okay, first. Don't call the creep over. Don't hurt. You heard me. Psst. Over here. What's that smell? Check on the counter. What's that smell? Oh, Lord, what's that smell? I-I thought they had showers in prison. Ha! It worked! And, uh, I'm gonna make a rip for it now. Okay, show's over. Time to wrap it up. It's one a.m. We are out of callers, and we're out of time. It's now one a.m. in our sleepy little town. Hey, Leute. We made it. We made it. Zwei Überlebende. Hallo? 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 I wanna say thank you to all our callers tonight, and to all our listeners. Pleasant dreams, and good night. Hallo? You hear that? I can hear your sirens. Finally! Someone's coming to the rescue. I say give it a few minutes, and we'll be safe to leave. Grab a drink. Amen. Sudet. Are you crazy? 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 Let's make sure that guy's off the streets before we go anywhere. Yes. Whatever you want to do. Oh, my lord. What a night. I can't believe that just happened. Forrest? Go on. und den Radio Shed-Owner, also der vom Radioladen. Wow, bloß der Salesman, der ging uns eh auf und sagte, da können wir ja abhaken. Wie gesagt, ich kann jetzt die Maus überhaupt nicht mehr bewegen. Das war auf jeden Fall ein weiterer Part, interessant, das ist schon dann drei, ich werde eine Playlist machen, auch vom ersten Part, wo ich eigentlich nur einen Part machen wollte, wo alle gestorben sind, selbst mir oder unsere Truller, ne, und der Reaver wollte halt, hat sich gemütet, dass ich es nochmal probiere und ich hab gesagt, klar, mach ich doch gern, wenn du das wünschst. Das ist crazy, ich liebe dieses Spiel. Aber jetzt muss ich ja mal wieder zurückkehren, ne, um überhaupt die Aufnahme dann zu stoppen. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge von The Scream. 9891.16, The Scream. Killer Frequency, unserem geilen Radiosender. Ja, ja, ziemlich cool draufgeschneitert. Mir als Radiomoderator, da geht's ja gar nicht anders, oder? Ja, schaut mich an, ja, ich bin der geborene Radiomoderator. Radiomoderator, oder? Schreibt's mal in die Kommentare. Und vor allem, hat es das Spiel letztendlich mal gefallen? Würde mich so riesig freuen. Wenn nicht, ich hab riesig Spaß dran und ein paar Vereinzelte, hab mir auch Spaß dran. Mal schauen, ob ich irgendwann mal wieder einen weiteren Part mache, wo man vielleicht alle drei überleben hat. Ich müsste dann halt wieder alles von vorne machen, ne? Das war das Problem. Aber es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, aber ich denke, jetzt kommen wir auch mal zum Ende und das war schon ziemlich gut, was ich ja gemacht hab. Finde ich jetzt moll. Schreibt's mir in die Kommentare, dann freut sich der alter Mann drüber. In diesem Sinne, bedanke ich mich natürlich bei euch für's Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet mit auf eurem Rostekanal. Bitte bewertet doch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare und presst Glocke aktivieren. Ganz wichtig. Und falls ihr noch keinen Abo habt, einfach nur aufs Köpfen drücken. Press the Hit-Button for a subscriber channel. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy life, haben Spaß miteinander, verhause nicht. Und nochmal, sorry, ich muss es so machen, sonst kann ich sie nicht stoppen. Sonst kann ich die Aufnahmen nicht stoppen. Versteht ihr, was ich meine? Das einzigste Möglichkeit wäre, ich tue das Spiel beenden und dann das wieder wegmachen, aber das ist umständig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich konnte es echt nicht anders hinbekommen, dass ihr die Aufnahmen überhaupt aufnimmt und mit Facecam und nicht überhaupt reagiert. In diesem Sinne, ich sag schon bitte und fing er dich an uns wein und aus dich an Ahntas! Thank you Ed! Goodbye! Oh nein, das war Killer Freak-Maxie! Grüße geh nochmal raus an die Weeponale, die das mögen. Bye Bye!